Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Airbus A380-800 ist mit seinen beiden übereinanderliegenden Passagierdecks, die über die gesamte Rumpflänge gehen, der größte Doppellecker der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In den neuen A380 passen bis zu 850 Passagiere und damit fast das Doppelte als in den Jumbo 747. Extrem leichte und feste Verbundwerkstoffe aus Kohlenstoff sorgen für die Stabilität dieses gewaltigen Rumpfes. 550 Tonnen Startgewicht und trotzdem ist der Reifendruck auf der Startbahn geringer als bei der leichteren 747. Das ist eine gute Nachricht für die Flughäfen dieser Welt. Es ist auch ein Zeichen der hervorragenden Ingenieurleistung. Denkortverdächtigen 845 Quadratmeter Tragfläche sorgen dafür, dass diese Maschine weitaus früher abhebt als der amtierende Jumbo. Die neuen Triebwerke machen die A380 zum ökoeffizientesten Flugzeug der Welt. Weniger als drei Liter pro 100 Passagierkilometer. Dieses Flugzeug wurde den strengsten Qualitätstests unterworfen. Es hat alle mit Bravour bestanden. Nicht nur dem A380, auch der Fertigungsstraße gehört der Superlativ. Musik 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 Wir sind sehr glücklich und sind sehr glücklich. der Welt, um den neuen Airbus A380 zu fliegen. Die Flugzeuge kommt mit einem ganzen Set von neuen Kabin-Produkten, die größten Produkte in der Welt. In den Singapur-Airline-Suites wird alle Kunden 3 m² von persönlichen Raum genutzt. Und für die erste Mal können wir ein Double-Bed auf einer Flugzeuge offerten. Und der Sitz in der Business Class ist konkurrenzlose 86 cm weit. Nach sechs Monaten hat der A380 mehr als erwartet. Es ist eine superbe Flugzeuge, sehr ökonomisch, sehr effizient. Es ist die klinischste und kalteste neue Flugzeuge, die Flugzeuge haben. Und der Kunden-Appeal ist großartig. Die Flugzeuge hat sehr hohe Leistungsfaktoren über alle Flugzeuge. Kein Widerspruch, weil die Leute auf dem neuen A380 wollen. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr wohl an Bord dieses Flugzeuge. Und ich bin davon überzeugt, dass sie als Gesellschafter sich auch bei uns sehr wohl fühlen werden. Denn keiner unserer Fonds hat bisher so viel D&S beinhaltet wie dieser. D-Dynamik. Wir investieren in wachsende Märkte. Bis 2025 wird sich das Passagieraufkommen verdoppeln. Sicherheit. Eine Gesellschaft des Staates Singapur ist unser Partner. Besser kann es nicht sein. D-Dynamik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020